Yo, ihr Lieben Zuschauer, und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Frozen Da kommt einer, da kommt einer, Flo mit dem Fluffix Alter, stopp, 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 stopp Warte mal, ich kill den, ich kill den, kriegst du den, kriegst du den? Scheiße, yo, yo, wie viel Schaden macht der denn? Baller, kombo, 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 kombo Oh, Alter, den haben wir gekillt, easy Ich hab 8 Level Stopp, echt jetzt? Hä? Nicht gegen den, oh, achso, nee, das ist so ein, äh, das ist in der einen Mod Da kannst du diese Sachen von den Tieren, die du gekillt hast Und dann kannst du dich so in die verwandeln Ey, gib mir das Ich weiß nicht, wie ich dir das geben kann, keine Ahnung Ich weiß gar nicht, äh, ich weiß nicht mal, wie man das benutzt, keine Ahnung, egal So, der planfreitige Folge ist, dass wir ein paar Dungeons, äh, looten und da ein bisschen coolen Stuff machen Aber dafür brauchen wir erstmal ein paar Backpacks, weil das Inventar wird halt irgendwie hardcore schnell voll Stopp Warte Alter, was hat denn hier rum? Warte mal, ich guck mal, wie man die craftet Backpacks So, was werden wir denn für welche brauchen? Ich weiß nicht, wie groß sind Small Backpacks? Also ich würd direkt die... Großen Small Backpacks, okay Ja, ich würd mal direkt die ganz großen machen, aber ich glaub Ich glaub, ich hab da nicht genug Ressourcen für, deswegen machen wir mal einen kleinen Äh, haha Ich glaub, ich hab einen ganz großen Pippymann Also so... Ah, verdammt, dafür brauchen wir Eisensticks als erstes Lol Okay, ich mach da mal ein paar Äh, so, zack, zack, zack Hä? Wie gehen die denn? Bin ich jetzt komplett behindert? Lass mich mal ran hier Stopp Jetzt rass dich mal zusammen, bitte So Nein, ich hab 54 gemacht Äh, äh Äh Ich glaub, ich hab mein ganzes Eisen jetzt ausgegeben Aber das ist jetzt egal Weil wir, weil jetzt können wir uns endlich mal unser Ding machen, so Und dafür müssen wir, bumm Ein Frame Und dann machen wir nochmal Zack, zack, zack Noch ein Frame So Der Rest kann jetzt wieder zurück Kommt das von dir? Oder von wo kommt dieses komische Geräusch da? Hä? Dann können wir uns Zack Dann haben wir jetzt Hä? Hab ich... Achso Hast du Leder? Ne Ich bin gerade am Server gedäunt Hä? Bin ich behindert? Ich hatte doch Leder Ich, also, äh Leute Oben hat ein Nostyle gebaut Und weil er das nicht darf Raub ich ihn jetzt erstmal aus Stopp Warte Zack Aber ich bin mir sicher Ich bin mir sicher Der hat mir mein Leder geklaut Ich hatte so viel Leder Hä? Der hat's auch nicht Was machst du da gerade? Steh doch auf Warte Jetzt bin ich tot Hä? Von wo können wir denn sonst Leder abgreifen, wenn ich von hier... Ich würde sagen, wir gehen einfach in dieses andere Haus Da oben Da oben hat jemand... Wo? Wo? Hä? Was geht jetzt da? Ah Lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg Da vorne ist ein Haus, da vorne ist ein Haus Ich glaube da finden wir Leder Wo? So, stopp Bvp Bvp Was machst du? Egal Hä? Das Haus hier ist einfach komplett eingeschüttet Oh Gott Lauf, lauf, lauf. Hier sitzt eine Haus, die ist einfach eingestönt, aber lassen wir mal hier zu Justix ist glaube ich richtig weit, also ich weiß nicht, aber ich hoffe jetzt einfach mal, der nimmt es uns nicht übel, wenn wir uns hier mal ein bisschen bedienen Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Hier der Aktion, oha Kann ich mir da was nehmen? Also Kannst du ein Schild craften? Kannst du ein Schild craften? Wir haben uns was genommen So, ich weiß jetzt nicht, von wem das Haus hier ist Warte mal, ich crafte mal ein Schild Es ist gerade nicht so gut, dass die ganzen Viecher auf dich draußen warten Die warten auf dich draußen, das ist aber schon ein bisschen belastbar, muss ich ehrlich sagen Ich kuschel mal mit denen Ich glaube ich kuschel mal mit den Großen Sturm So Na, er greift mich nicht mehr an, das Schwein Warte mal, ich schreib hier, ich hab Ah Äh, du bist einfach gestorben Ich wollte gerade Lerner schreiben, jeder geliehen Zack Liebe Grüße Rameis Höf 9 So Zack Bum 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 Also wisst ihr Leute, wir sind ja hier sehr sozial Oh, was ist denn das hier? Warte, oha, oha Flo, was geht jetzt ab? Oh, ich lauf weg, ich lauf weg Ich lauf weg Ich lauf weg Ich lauf weg Lass, lass dich zur Base, zur Base, zur Base Das ist schon ein bisschen belastend Deswegen Ich lauf dich jetzt einfach ganz weg Was ist eine fliegende Insel? Eine fliegende Insel? Also ich glaub eher, das ist einfach ein Haus von irgendjemandem Sooo Ja, aber so Hä? Ah, okay, warte mal, das muss erstmal hier eingezahlt werden praktisch So Und Taint Leather muss ich machen? Oha Äh, so Wie, und wie mach ich das jetzt? So, da brauch ich so spezielles Leder Das muss ich erstmal jetzt schmelzen Hä? Lol Okay Da müssen wir erstmal Leder schmelzen, Leute Kurzer Zeitraffer 2.000 Jahre später Okay Stopp Ah, so So, so Okay Ich glaub ich kann jetzt Los, was? Okay, einen hab ich Der geht zu mir Und noch einen Der geht zu mir Okay So, und jetzt kriegst du auch einen Und jetzt gucken wir mal, wieviel da reinpasst Oh 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 Kann man die irgendwie an Kann man den irgendwie auf den Rücken packen? Kann man den irgendwie auf den Rücken packen? Oder so? Wow Darf ich jetzt in der zweiten Hand? Äh Oh, danke Verdammt Der ist ja echt total klein Egal, Leute Wir gucken jetzt mal Und jetzt suchen wir mal ein paar Dungeons Und dann sehen wir uns wieder Da vorne ist einer Da vorne ist einer Oh, endlich Wir haben einen gefunden Der noch andere Der ist im Gruber Der Achte Ich bin Pass auf Ich bin Sprengmeister Lecker, Tobi Ein bisschen Also da sag ich jetzt mal nichts zu Also da sag ich jetzt mal nichts zu Kommst du zum Daniel? Ich renn da hin Ich renn da schon hin Du musst du jetzt ehrlich sagen, ne Wenn wir da jetzt reingehen Wenn wir da jetzt reingehen Wenn wir da jetzt reingehen Oh, 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 äh, 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 äh Dann wird das richtig eng für uns Egal, wir müssen da jetzt reingehen Komm, looten wir die Sachen Da ist nur Scheiße drin Aber ich weiß Wir kriegen richtig viele Dias Wenn wir den Boss da oben besiegen So, ab geht's Ab geht's, ab geht's Ab ins nächste, hoch Flo, hier sind überall Skelette auf jeder Etage Äh Flo, wo bist du hin? Achso Ja, ich lenke die ab Ich lenke die ab Und du baust ab Okay, dann weiter, eins weiter hoch Ist in der Kiste was Gutes drin? Ne, da ist nur Scheiße Ab geht's, ab geht's, ab geht's, ab geht's Soll, das sind dann Du gehst wieder vor Oha Oha Das ist dein Kampf Oha 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 Alter Ich baue grad schon die Dinklapumse ab Oha Ich hab sie abgebaut Alter Soll ich dir was sagen? Wenn wir ganz oben sind Und dann wird das nicht Yo Das Ding ist, wenn wir nach ganz oben gehen Da der Boss sein Und wenn wir den umgebracht haben Dann sprengt sich das ganze Ding hier von alleine in die Luft Rimmels, ich werd grad irgendwie angegriffen Und das find ich nicht so gut eigentlich Alter, wo kommen die ganzen Zombies her? Warte mal, ich baue mal zu hier Oha Bau doch ab Rimmels, ich bin los Stopp, 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 nein Oha Okay Warte, lass mal ganz kurz warten Warte, lass mal ganz kurz warten Gib mir mal kurz ne OP-Apfel Ne OP-Apfel Warte mal, ich schmeiß mal ein bisschen unnötigen Scheiß raus Ab geht's in die nächste Etage Was sind da für Tiere? Fuck, da sind so Giftspinnen Ich kann einfach rein und bau ab Ja, bau ab, bau ab, bau ab Ich lenke sie ab Ich kann ein bisschen mehr wegstecken glücklicherweise Was war alles abgebaut? Ist dann... Oben ist der... Oben ist der Big Boss, oder? Ne, noch ne Flo Oh Rimmels, lieber fertig Jetzt komm hoch Jo, was geht jetzt ab? Komm noch ein weiter hoch Jo Uuuuh Alter Ich bin durch Lochen gefallen Flo Ich komme Du hast zugebaut Flo So Ich komm, ich bin da Uff Ich bin da Uff Ich bin da, okay So Alter Ich hab auch nicht mehr gerade viel, muss ich ehrlich sagen Bau die Scheiß endlich ab Hast du schon Oh Alter Junge, das war jetzt mal fucking... Was will ich denn? Oh Okay Da sind... Ja, keine Ahnung Melonsamen kann man immer mal brauchen, ne? Stopp Warte mal Oh mein Gott Digga, was ist das denn da? Rimmels, ey Ja, das sind nur so Sachen, die kannst du abbauen Komm, 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 komm Boah 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 Ne, zack Ich lenke ab Boah, ab Oha Ich bin da eine Tage weiter runter Ja, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht an Rimmels, boah, so, 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 so... Muss los, muss los, muss los, so, so, so... Ah, Flo, Flo! so ok geht es jetzt schon zum big boss hoch oder wo wir sind wir okay das sind wieder diese kristalle aber ja wieder rein ich mach den tank boah komm alles weg da flo alles weg alles weg was geht jetzt hast du das auch im chat gesehen abonnier wo ich komme ich habe ich habe 1 alter eine fette diamantrüstung ich glaube umso höher wir gehen umso besser sie kriegen wir flo alter ich richtig viel schaden ich glaube die werden immer stärker umso weiter hoch wir gehen und da oben schießt schon da da ist schon der boss flo oha ja ja kota jorge wow wow alter alter flo chill erst mal chill erst mal der haut da alles weg so ich muss erst mal runter alter schwede ich mache ich mache dem richtig viel schaden mit meinem schweden flo hast du den op gold apfel noch ne ich hole meine rüstung schon fast kaputt was geht mit dem ab der ist aber auch schon recht low der ist einen runter gefallen glaube ich guck ich mal ne geht er nicht hin 2 zehn 3 immer höher hätten zu aber mit uck du mit raus dort bitte kannst du die kiste aufmachen ich kann die nicht aufmachen alter hörst du was der für geräusche macht kann ich auch machen ich baue sie mal was war da drin bücherregale könnten wir brauchen lassen wir noch einen hochgehen dabei oben ist die boss etage hier ist ein haus praktisch das hier ist nun nennen text und so hey alter der dreht komplett durch doch wir kriegen richtig viele die aus wenn wir den jetzt besiegen warte kurz warte kurz ich muss ganz kurz einmal den backpack von mir auffüllen stimmt eigentlich und weil ich kein platz mehr in meinem tag okay gut alter lasst erstmal vollrecken und dann den angreifen ich habe schon ein paar mal gegen sein gekämpft aber die war nie so stark war okay alter floh ich hab standbild gerade standbild gerade er hat mich gesehen aber er komm hier in den gang rein da sieht er nicht also ich mache ich ganz gut der mensch glaube ich gleich dauern als der dritte kompo ja alter was hast du bekommen ich glaube jetzt können wir auch hier also floh schnell nach oben und nee oder auch nicht nach unten das ganze gebäude kracht jetzt rein schnell raus hier wo was geht jetzt ab ich werde es nicht schaffen wo alter ich bin tot alter jorge 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 passiert da noch was ich glaube ich bin safe und gleich das ganze video ich hoffe hier sind jetzt keine neuen monster gespawnt wenn ja wenn es echt sehr belassen kommen wir zu dir alter ich fühle mich jetzt ein bisschen stärker alter ok jetzt hast du wenigstens haben wir jetzt ein paar tias gefunden aus diesem teil ok ich dachte das ding kracht komplett ein das hatte ich auch schon ein paar mal dass das ding hier mal komplett ein kracht leute boah war gerade eine nummer zu pfiffen nicht oh alter ich glaube ich nehme nie wieder mehr was für dich erhofft also ich glaube ich glaube ich lauf da mal zurück so und dann beenden wir dann auch die folge leute was ich noch fragen wollte ist wollte eigentlich dass ich in der folge farme oder offscreen das mache oder streame stimmt mal hier oben ab oder so weil ich weiß nicht wie das machen soll oha alter ich muss ehrlich sagen das war jetzt gerade spannung pur das ist das gold für die aufnahme oh oh ich will die ich nur mehr mir weil er sturm ok oder ich mach jetzt einfach einen kurzen cut so und bin dann im dorf leute das soll es dann auch von dieser folge minecraft frozen gewesen sein wahrscheinlich werden wir in der nächsten folge mal den hausbau in angriff nehmen keine ahnung so dann würde ich sagen das soll es sein haut rein was gut hier findet ihr die andere videos könnt ihr floh abonnieren und ciao